Gut entscheiden. Unsicherheit managen. Aus Fehlern lernen. Einführung. Im Interview mit Prof. Dr. Gerd Gigerenzer über Risikokompetenz und Intuition. Also ich liebe Risiken. Ich gehe auch gerne viele ein und ich interessiere mich dafür ganz allgemein, wie andere Menschen damit umgehen. Und ich denke, jeder von uns, solange er oder sie lebt, hat mit Risiken zu tun. Gerd Gigerenzer ist Direktor am Hardings Zentrum für Risikokompetenz. Er ist außerdem ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und er ist Autor mehrerer Sachbücher. Und mit Gerd Gigerenzers Diagnose könnte man von einer gesellschaftlichen Risikoinkompetenz sprechen. Vielleicht könnten Sie erst mal sagen, was Risikokompetenz meint. Ja. Also Risikokompetenz ist heute so wichtig, wie Lesen und Schreiben zu lernen vor 150 Jahren. Was bedeutet es? Es bedeutet es, dass man die Risiken und Ungewissheiten im Leben einschätzen kann, abwägen kann und mit ihnen informiert und entspannt umgehen kann. Überraschenderweise, das weiß ich auch aus einem Ihrer Bücher, werden ja mehr als die Hälfte oder ungefähr die Hälfte aller beruflichen Entscheidungen und Unternehmen aus dem Bauch heraus getroffen. Eine Bauchentscheidung ist keine Willkür, sondern Bauchentscheidungen oder intuitive Entscheidungen beruhen auf jahrelanger Erfahrung. Und sie haben die Eigenschaft, dass man schnell spürt, was man tun oder lassen sollte, aber man kann es nicht erklären. Ja. Also kein sechster Sinn, keine göttliche Eingabe und auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Ja. Und ich habe mit vielen großen Firmen gearbeitet und habe die Entscheider, die Führungskräfte gefragt, wie oft ist eine wichtige professionelle Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung? Mit Betonung am Ende. Denn man geht ja richtigerweise erstmal durch alle Daten, die man hat. Aber die Daten geben einem nicht immer eine klare Antwort. Und wenn man dann aufgrund seiner Intuition spürt, das soll man lassen oder machen und sich dann entscheidet danach, das ist damit gemeint, eine Bauchentscheidung. Und wie oft passiert das? Also im Schnitt sind 50 Prozent aller wichtigen Entscheidungen von den DAX-Konzernen, mit denen ich gearbeitet habe, am Ende eine Bauchentscheidung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Siemens-CEO oder Bosch-Manager sagt, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt nach China. Ja, das würden diese Personen auch in der Öffentlichkeit nicht zugeben. Denn man hat Angst. Bei einer Bauchentscheidung trägt man selbst die Verantwortung. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Führungskräfte Verantwortung übernehmen möchten. Und ich habe zwei Techniken beobachtet, mit denen man Verantwortung abgibt. Die sind? Das Erste ist, man stellt einen Mitarbeiter ab, der zwei Wochen lang nach Gründen für die intuitive Entscheidung sucht. Und dann wird das Ganze präsentiert als eine sachliche Entscheidung. Das ist eine Verschwendung von Zeit, Geld und Intelligenz, nur weil man Angst hat. Die teurere Version ist, man stellt eine Beratungsfirma ein, die dann auf 200 Seiten und mit PowerPoint dokumentiert, warum genau diese Bauchentscheidung das Richtige ist, ohne den Begriff Bauchentscheidung zu verwenden. Also das ist die eine Version, mit der man mit der Angst vor Entscheidung und Verantwortung und Intuition umgeht. Und das ist dann das Gegenteil von Risikokompetenz? Das ist das Gegenteil von Risikokompetenz. Aber man sieht daran auch, dass es nicht nur in der Person ist, sondern auch in der Organisation. Denn viele von diesen Führungskräften haben zu Recht Angst. Weil? Nun, weil die Öffentlichkeit oder andere darauf negativ reagieren würden. Wie erlernt man denn Risikokompetenz? Also ich frage mich vor allem für unsere ZuschauerInnen, die jetzt vielleicht in ihre erste Führungsrolle kommen oder eine Stufe weiter aufsteigen. Für die ist das besonders interessant? Zur Risikokompetenz gehört zum einen Mal zu unterscheiden, ob man das mit einer Situation von berechenbaren Risiken zu tun hat oder mit Ungewissheit. Und in Unternehmen hat man es zum großen Teil mit Ungewissheit zu tun. Also man ist eben nicht an einem Roulette-Tisch, wo man sich ausrechnen kann, was die Chance ist, wie viel man verliert. Und hier ist es wichtig, dass man versteht, dass in Situationen von Ungewissheit muss man sich auf die wesentlichen Faktoren konzentrieren und nicht versuchen, alles, alle Daten zu finden. Also nehmen wir mal Einstellung. Sie möchten jemanden einstellen. Und hier gibt es nun die eine Vision, Sie machen ein Assessment-Center oder Sie machen einen riesen Fragebogen und versuchen, alle Daten zu finden und so weiter. Das wäre eine richtige Idee, wenn Sie es mit einer ganz stabilen Situation zu tun haben. Aber Sie haben es mit Menschen zu tun. Und hier ist es nützlich, sich zu überlegen, was sind die ein, zwei, drei wichtigen Dinge und den Rest zu ignorieren. Beispiel. Elon Musk, als er noch selbst einstellte, sagte, er hätte nie auf die Dokumente geschaut, auf die akademischen Grade, was in den USA sehr wichtig ist, die Universität und so weiter, sondern nur auf eine Sache. Nämlich, er hat sich die Frage gestellt, hat diese Person außergewöhnliche Fähigkeiten? Und dann hat er versucht, das rauszufinden, indem er den oder die Kandidatin gefragt hat, erzählen Sie mal eine schwierige Situation, die Sie bewältigt haben. Und dann hat er versucht, nachzufragen, ganz genau im Detail, um das rauszufinden, was da passiert ist. Um sich davor zu schützen, dass jemand eine Geschichte erzählt. Denn nur diejenigen, die es wirklich bewältigt haben, kennen die Details. Das ist ein extremes Beispiel. Das nennen wir also als einen guten Grund. Also Entscheidungen aufgrund eines guten Grundes. Und dabei muss man auch den Mut haben, den ganzen Rest zu ignorieren. Das ist nicht die einzige Strategie. Man kann das ein bisschen mehr ausweiten, als auf nur einen guten Grund. Also Jeff Bezos berichtet, dass er, als er noch Einstellungen machte, auf drei Gründe geschaut hat. Und der erste war genau der gleiche wie Musk, hat die Person eine außergewöhnliche Fähigkeit. Aber das war nicht ausreichend in seinem Fall. Sondern dann, also wenn nein, Ende. Wenn ja, dann eine zweite Frage. Kann ich diese Person bewundern? Eine interessante Frage. Nämlich er glaubt, dass wenn er eine Person bewundern kann, kann er was lernen. Aber das war auch nicht genug, sondern muss noch eine dritte Frage auf ein Ja bekommen. Nämlich wird die Person in dieser Abteilung, wo sie reinkommt, den Durchschnitt nach oben bringen. Wenn da auch Ja, Ende. Also das sind Beispiele für sogenannte Heuristiken. Eine Heuristik ist eine Strategie, wo man gezielt nach den wichtigen Dingen fragt und den Rest ignoriert. Man könnte auch Faustregel sagen. Richtig. Ja. Das ist der deutsche Begriff. Und gibt es so ein paar Faustregeln, die Sie als Handreichung an unsere ZuschauerInnen weitergeben könnten? Also das sind jetzt natürlich Profis, Bezos und Musk. Also hier gibt es natürlich sehr viele und die sind oft auf Erfahrung gegründet und sie sind auch nicht überall gültig. Es hängt wirklich auch von der Umgebung ab. Also eine Regel, die auch für Einstellungen gilt, aber die auf einem höheren Niveau ist, stelle gute Leute ein und lass sie ihre Arbeit machen. Im Englischen hire well and let them do their job. Und das ist ein Beispiel dafür, dass eine solche Faustregel das Klima einer Institution prägt. Also die Faustregel, die haben die Führungskräfte. Das bedeutet eben erst Qualität. Man schaut genau hin bei der Einstellung und nicht nur so. Und dann kontrolliert man aber nicht weiter. Also nicht klein, sondern let them do their job. Und das schafft Vertrauen. Und die Kombination von beiden ist so, was diese Faustregeln schaffen. Also das ist ein Beispiel dafür. Der Grund, warum die Max-Planck-Gesellschaft so erfolgreich ist, ist nicht allein darin, dass sie gute Leute hat, sondern ein gutes Klima. Und das kann man durch diese Faustregeln definieren. Das gute Klima ist ein gutes Stichwort. Ja. Uns würde nämlich noch interessieren, was macht man denn, wenn man in einem Unternehmen ist, wo es eine schlechte Fehlerkultur gibt zum Beispiel. Also wo vertuscht und verdeckt wird. Wie komme ich denn da dazu, die beste Entscheidung überhaupt zu treffen? Ja. Also zum ersten Mal muss man das erkennen. Ja. Und das ist oft in höheren Führungsschichten schwieriger, das zumindest zuzugeben. Also eine negative Fehlerkultur ist definiert als folgendes. Erstens, es darf keine Fehler geben. Ja. Passiert einer, versucht man ihn unter den Teppich zu kehren. Gelingt das nicht, dann sucht man einen Schuldigen. Und das führt genau dazu für so eine defensive Haltung unter den anderen Führungskräften und auch Mitarbeitern. Jeder schützt sich selbst, ist sich selbst am nächsten. Und den kann eigentlich nicht für das Wohl der Organisation oder der Firma denken. Kann ich mich denn da auch auf einfache Entscheidungshilfen stützen? Ja. Also der oder die CEO kann ein Vorbild setzen, indem sie oder er selbst, etwa bei einer Versammlung oder Mitarbeiterversammlung, sagt, bei dieser Entscheidung, für die ich war, ist ein Fehler passiert. Sie war falsch. Lasst uns zusammen überlegen, wie es dazu gekommen ist. Und das setzt ein Zeichen. Etwas Ähnliches kann auch passieren auf den mittleren Ebenen, wo ein Vorgesetzter wirklich die Verantwortung übernimmt. Es geht ja darum, nämlich, dass man Verantwortung abschiebt und sagt, ich übernehme die Verantwortung hier. Und ihr, diejenigen unter ihm, können sicher sein, dass er, wenn da ein Fehler passiert, obgleich die Person das Beste wollte, das nicht so interpretiert, dass jetzt mit der Person etwas falsch ist und sie schuld ist, sondern dass wir uns zusammensetzen und sagen, was ist da passiert? Warum ist es passiert? Wie kann man das verhindern, dass es nicht mehr passiert? Also hier gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, dass man eine Fehlerkultur von einer negativen in eine positive ändert.